Für mehr Lebensqualität, die Villa Gaza, Eue vermarkten vorliegen hier. Mein Name ist Markus Gerber. Frische Bergluft, ein wunderschönes Bergpanorama und genügend Platz auf seinem eigenen Rasenplatz. Das lässt ihm das Leben so richtig lang geniessen und für den Alltag wieder Energie tanken. Ein Dreiehalbzimmer, Erdschosswohnung in einem Zweifamilienhaus, grossen Bastenraum und natürlich seine eigene Garage. Das Objekt ist 12 Minuten vor der Wirrihornbahn, 12 Minuten vom Vollgeladen in Eue und 17 Minuten vor der Autobahn. Wenn ihr gerne die Natur habt, wenn ihr gerne Skifahren, Sommer Biken oder Wandern habt, dann habt ihr hier das Objekt gefunden, die in jeder Hinsicht Eue Lebensqualität steigern. Ihr habt Fragen oder Wünschten der Besichtigung? Für Eue Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Ich begrüße sie, meine Eltern, was mich gescheitiert. Ich beschwene ihn, was michein 바뀌eren, auch eine Municipalität ist geistigern. Das auch dafür, der Vertraue ist ja heute. Was machen, wenn ihr glaubt, ist es, dass wir die Manh夜 die Rückmärchen sind. Bis zum Buch! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018